Prozent ein Teil der Geschichte durch schuldig ich habe das ist oben ein paar Wesen wir sind so gut mit ihr okay mann mann aber das ist so jetzt war es geht nicht nur schade man kann nur als admin slash spawnpoint wenn Cheats ansehen können wir uns da ein Blöck entschieden ich bin immer ein bisschen voraus weißt du was cool wäre wenn es jetzt gleich geht ja genau da würde das hat man aber ein bisschen sinnlos sein nein ich war fast oben jetzt macht jeder sein leichtes Ding wer zuerst am Ziel ist gewinnt das müssen wir aber eigentlich bei leicht machen nein das machen wir schwer wir sind wie wir sind die Babos und ohne tp aber gleich gut ich hab noch drei Herzen ich war mal zum drückstab an bei dem ersten Sprung nicht ich schaff das nicht ich kann nicht mehr spritten ich hab mir nicht wir können es gar nicht schaffen wir können das überhaupt nicht schaffen weil wir nicht spritten können das soll ich so und ich hab mir in der Luft warte warte Screenshot ja du siehst bei mir auch in der Luft auf dem Schild auf dem Schild? nach dem Schild auf dem Startschild okay bei mir steht du einfach so ne Luft ich war das so ne gut ich hab dich wieder ich hab weil du kannst ich schick dir mal das Bild das Geld das siehst wie du da in der Luft hängst ja ich bin jetzt rausgeflogen irgendwie aus dem Server ja also bei mir steht es noch genau vor mir steht Dead Player steht vor mir in der Luft ne ich komm jetzt auch wieder rein was sollst du dann neu kommst geht nicht eine Maus wird angezeigt wenn ich auch nur hin hau ja warte ich sehe ich diskollekt auch noch mal kurz ähm mehr Spieler wo ist so Country Server ist wieder auch so Country Server ne bei mir steht da die ganze Zeit anmelden am Ende kommt da wenn das nicht durchgeht bei mir ich hab keine Internetverbindung hab ich ja was ist ich ja nicht mit dir reden anmelden ich schon warte neuer zu abo wir müssen nur anwenden da und mehr nicht anmelden Punkt für Punkt ähm ja es geht nicht ich drück auf aktualisieren ich hab das mal gesucht hier warum das nicht geht da steht da äh der andere Mitspieler muss die Nummer nicht eingeben wenn du auf Multiplayer gehst sucht Minecraft automatisch nach LAN-Spielern wenn nicht klappt Firewall aus ein Antivirenprogramm aus aha kapier ich nicht ja gar nicht ja ich auch nicht aber ich werde jetzt drauf Ende der Datenübertragung warte ich doch von 9 Euro er macht das wir wollen ein ganz ganz unten er kann den direkt verbinden irgendeine Zahl eingeben gibt es den oh ich ich habe jetzt bei so direkt mit irgendeine Zahl ein besucht die mal es gibt mir irgendeine Scheiße ein und guck mal ob es die gibt oh man let's ähm die Folge heißt dann let's suchen nach Servern ein gibt es die und man also wenn du zuerst ein und heilig ist der Porto aber auch was ein liebte Porto auch ich sollte sich das alles geäbt es ist ich kann nicht bei den Gründer warten weil ich er heißt ein lieb zum Brotero ich hatte ein mein Bild da kann man rechts mein Willen er muss er mir aber dass man am Ort wird nicht gern Buschabemer irgendwas wenn ein Wettbewerb wieder heizt an die wenn er nicht die nahe die er ist aber trägt sich drunter in um ab so ein bisschen dunkler in dunkler steht drunter ab hier weg hier weg ja ja ein Bett ab ein Zettach das war's um also der okay und auch es geht an verbindet sich so es geht und geht und geht und geht und geht und geht und geht ich war noch mal wir können auch so ganz berühmt mit ganz vorne weil da gehen wir mal ein auch ich bin nicht nur ein aber egal ich kann nicht drauf in die Welt das war ich geht es jetzt allein nein im Beginn hier auch so ein Warte er sagt mir trotzdem über die die Welt als die Serveradresse eigentlich nicht das steht doch da wenn du drauf gehst der Heide und der Tächten der Wuppe guter aber kommen nicht raus als erhebt wird auch und bis auf meinstieg zur EU um nein mein Gott Lohrlich es ist die Städte auch abruf also entweder fein kann nur und oder in der Tat sie wird es sich zu lernen dabei die Adresse durch ist auch auch 1 3 4 Punkt 1 3 4 Punkt ja wo kommt ein Punkt 2 5 5 Punkt wo 2 1 Punkt 2 2 1 Punkt 6 7 4 geteilt durch okay 6 7 aber ich habe mich versprochen 1 6 4 aber ich habe das wieder die Zeit geträgt der Postel jeden Tag nach vorne ok 1 3 4 Punkt 1 3 4 Punkt ja 255 Punkt 255 Punkt 2 2 1 Punkt 2 2 1 Punkt 1 6 4 geteilt durch 1 6 4 geteilt 2000 2 0 0 0 3.000 3.000 jahre 3 0 0 0 ähm fertig ja gestalt heißt Fantasie wird ich immer drauf ja bin da und will ich nur noch mal klein machen und bei mir auch ein Zeichen daher warte mal Tiefs Lärmisch 3 ist der 1 die Hälfte in der Stadt und bei 8 das steht falsch gemacht also Tiefs Lärmisch die ist der die Gister und was dann dann ein paar Probeer der Altenen das überholen so erstellt ja alle mehr zu schauen mein Passwort könnt ihr eigentlich kommen oder steht das Haus er hat die Städte sich aus er hat gesehen hat ich hätte schon auch mit dem Passwort auf der eigenen Passworte mit dem ein paar Worte nicht gut nehmen Loll 5 nein eutig bald auch die Nürnberg drauf nein sie sind drauf und die Kanzlerin betrunken aber es war was weiß auch mal ein gut verarbeiten hat und bald ein Leben Regalusik ich habe eingeben ein Kreisierpunkt wo können können sie sich zu veröffentlicht wird der zwei fünf zu viel ich sehe ganz gut rum und werde ich sagen würde das dort im Brot erhebte aber trotzdem ich schlagen erhebte ich habe aber auch und ich stehe vor dir nicht das ist also die steht vor mir ja bei mir geht es gerade nicht groß weil ich nicht machen nein Der Spieler left the game.